Ey Matthias, komm, tanz mit mir ein bisschen ne Runde. Komm, komm, tanz mit mir. Ey, ey, lass uns erst nicht in Ruhe. Vollidion. Okay Freunde, was ein seltsamer Anfang. Moin und willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Random Vlog, wir gehen heute in die Arena und kämpfen da uns die Seele aus dem Leib. Denn heute geht es der Bodenarena richtig an den Kragen, ja, an den, an den Bodenkragen. Ja, irgendwie auch nicht wirklich, ne. Heute gibt es ein bisschen Erdbeben, würde ich sagen. Und zwar mit, haben wir eigentlich Georock gerade vorne? Pardon. Ne, Rocky möchte natürlich nach vorne legen, denn Rocky wird auf jeden Fall noch ein wenig trainieren müssen. Und dementsprechend, gehen wir mal direkt in den nächsten Trainer, beziehungsweise in den ersten Trainer rein. Hört uns natürlich noch an, was uns der gute Günther hier zu sagen hat. Günther, mein Freund, du hast echt ne super Sonnenbrille. Du hast doch, glaube ich, diese 8-Bit-Pro-Sonnenbrille, die immer in den coolen Videos auftaucht, oder? Hier gibt es auf jeden Fall coole Pro-Trips. Pro-Trips. So, Mensch. Erster Trainer, los geht's. Ohne Verzagen, ohne Zögern, einfach direkt rein. Deine Pokémon glauben an den Fund und an den Sieg. Dann würde ich dir mal sagen, wenn du dein Bestes gibst und trotzdem nicht gewinnst, dann ist dein Leben einfach nicht lebenswert. Na gut, das ist jetzt ein bisschen hart. Aber ihr wisst, was ich meine. Du wirst auf jeden Fall nicht gewinnen. Das möchte ich hier sagen. Und nichts anderes. Kockel-Quack ist aber natürlich ein bisschen blöd, möchte ich sagen. Da möchte ich doch ehrlich gesagt lieber auswechseln auf Astro. Ja, Astro ist auf jeden Fall die beste Wahl. Denn wenn jetzt, also, der kann vielleicht Wasser attacken, der kann auf jeden Fall Kampf attacken und der kann vielleicht Boden attacken. Also, ja, Kampfattacke. Sage ich doch. Die wird aber Morbitest gut abfangen können. Ja, gut, nicht unbedingt. Okay, es war ein Quint. Alles klar. Psychoschock! Ich schocke deine Psyche. Jetzt bist du, jetzt kommst du in die Klapse, mein kleines Toxic-Quack. Zack! Und da kannst du mal deinen Eiter ab, deinen dicken Eiter unter dem Kinn aboperieren lassen. So. Ich kann heute nicht mehr reden. Ich kann nicht reden. Es ist schon spät. Ihr seht ja, ihr seht ja die Uhr unten rechts. Es ist schon 17.41 Uhr. Ich muss schon längst eigentlich ins Bett. Ja, das Sandmännchen, wobei das Sandmännchen ist, glaube ich, erst um sechs. Lauf das, glaube ich, erst. Es wäre egal, ob das Sandmännchen schon gelaufen hat. Es ist mir vollkommen Wumpe. Ja. Ja, ich habe gerade Rocky auf Level 29. Ich leg mal Rocky wieder zurück. Ähm, wen nehmen wir denn da mal? Nehmen wir mal Ace. Ace ist immer eine richtig schön solide Bank. Ich habe mich dabei wieder informiert bezüglich Georock, beziehungsweise mehr zu Geowards. Und zwar ist ja Geowards, die Entwicklung nach Geoward wäre das ein kleiner Pro-Trip. Schon wieder ein Pro-Trip. Pro-Tip. Achso, das ist nur zu hoch. Ein kleiner Pro-Tip am Rante. Das ist ja die Entwicklung. Und die braucht man ja eigentlich, also eigentlich entwickelt die sich ja nur durch Tausch. Aber dadurch, dass wir hier eine modifizierte Version haben, entwickelt es sich auf Level 37, glaube ich. Ich glaube, es war 37. Und zwar einfach so. Ohne, dass man tauschen muss. Ohne, dass man irgendeinen Stein nutzen muss. Ohne, dass man irgendwelche besonderen Hintergründe machen muss. Das ist ein Guarde-Voir. Das ist immer so die Sache, die ich mir bei Garde-Voir immer eingebringt habe. Oder bei Curdia oder bei Trassler. Das kann ein Turtog sein. Nein, das kann vor allem das Zauberblatt haben. Das hat man selten auf dem Schirm. Aber das ist echt gefährlich. Okay, jetzt ist natürlich auch wieder gefährlich das Turtog. Wir haben immer noch nichts gegen Wasser-Pokémon. Immer noch nicht. Ich könnte natürlich Tigerente reinholen. Aber wobei, ne, physisch greift er. Ne, wobei, Tigerente kann auch speziell angreifen mit dem Luftschnitt. Machen wir das mal so. Turtog ist auch wieder so ekelhaft, ne? Das ist vor allem so stark. Wieso müssen die immer so stark sein, verdammt nochmal? Luftschnitt, komm. Ja. Das sollte noch gehen. Ich meine, das wird ja resistiert. Und ich sollte nicht so viel Schaden machen. Genau. Auch keine Verwirrung. Perfekt. Luftschnitt sollte eigentlich ganz so liebenschaden machen. Wenn es kein Turtog wäre, nicht wahr? Okay, mein Freund. Das ist jetzt nicht so wirklich zielführend, würde ich mal sagen. Das hilft dir nicht weiter. Das hilft mir nicht weiter. Wenn er es nochmal macht, dann... Ich sage es sogar. Ich sage sogar. Wenn er es nochmal macht, dann könnte ich ja Wasserring machen, ja? Okay, ich habe mir schon gedacht, dass er sich das nicht nochmal traut. Das heißt traut, aber es wäre blöd, wenn er es nochmal gemacht hätte. Es war so klar, dass er es die Verwirrung triggert. Es war so unglaublich klar. Hm, dann nutze ich jetzt mal den Wasserring. Denn jetzt kommt das Schutzschild. Alter, predicted. Out predicted, sage ich euch. Und da ist die Verwirrung weg. Nice. So, wenn er jetzt nochmal Schutzschild macht, ist er natürlich blöd. Aber das soll mich dann nicht stören. Denn wir können uns schön weiter hochhalten mit dem Wasserring. Ein Turbo-Turner. Passt natürlich zur Arena. Weil der Arena, Alter, ist natürlich Turner. Und versteht ihr? Haha, lustig, lustig. Tralalala. Okay. Der gute alte Turner, ja? Der Turnvater Janis. Das, okay. Das kann auch was anderes. Das kann auch einigermaßen effektiver attacken. Das sollte uns aber trotzdem nicht mit einem Crit killen. Der Biss. Ah, okay. Das ist, okay. Ist aber nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Und wir können uns ja heilen. Wir haben ja noch alle Heil-Items zu Genüge vorhanden. Ich. Ein paar für Wasser reicht aus, ne? Ne, es macht nur 50. Ist egal. 50 reichen aus. Ist eine solide Packung an KP, die wir dabei bekommen. Zurückbekommen vielmehr. Dementsprechend. Tigerente, ganz viele KP. Wieder schön was aufgesoffen. Und es kommt die Aquarelle. Bitte nicht verwirren. Das wäre echt sehr freundlich vom Spiel. Sehr freundlich. Das wäre zuckersüß. Ja, sehr gut. Außer der Wasserring triggert vor der Verwirrung. Aber das wäre irgendwie seltsam. Gut, Luftschnitt sollte uns auf jeden Fall besiegen. Wenn wir denn jetzt durchkommen sollten. Ja. Nein, wir kommen nicht durch. Okay, aber genau die gleiche Situation wie vorher. Der Biss sollte uns nicht killen. Und die Aquarelle sowieso nicht. Außer er critet uns jetzt. Und dann verletzen wir uns auch noch selbst durch die Verwirrung. Aber ich. Okay, das ist alles nur. Das ist alles nur Gelabere. Und das Turtok wurde von Tigerente besiegt. Sehr gut, Tigerente. Ich stehe auf dich, ja. Ich mag Tigerente wirklich gerne. Es wird ein super Pokémon, was wir haben. Vor allem wegen des Voltabsaubers. Auch wenn wir den Voltabsauber bisher noch nicht sonderlich oft sehen. konnten, aber den Ruheort. Dann nehme ich, glaube ich, den Wasserring einfach weg. Ja. Wasserring weg. Und dafür eine andere Recovery her. Die sogar wesentlich effektiver ist. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ein Psyana. Der hat noch... Wie viele Pokémon hat der Typ? Der hat denn nur drei? Hat er drei? Ich hoffe mal, dass er drei gehabt hat. Ähm, Psyana. Was nehmen wir denn da? Hast du noch... Hast du den Knirscher? Nein. Ich könnte natürlich Rocky reinholen und dann einfach Intensität drücken. Wobei, Knirscher haben wir noch auf Rocky. Perfekt. Dann nehmen wir doch mal Rocky zur Hand. Wobei, kann Psyana auch wieder sowas wie ein Zauberblatt? Sowas, was man nicht unbedingt erwarten könnte? Ich glaube nicht, oder? Würde mir zumindest spontan jetzt nicht einfallen. Dementsprechend gehe ich mal Kampfeslustig herein und drücke einfach auf die Knirscher. Okay, Sternschauer. Das macht keinen Schaden. Das ist perfekt. Sehr, sehr gut. Und der Knirscher wird es vielleicht sogar ausnehmen. Ich meine, die physische Verteidigung ist nicht so... Okay, doch. Das reicht nicht aus. Also trotzdem, die physische Verteidigung von Psyana ist nicht so übel, aber ist halt auch nicht wirklich das Krasseste vom Krassen. Dementsprechend Psyana segnet jetzt das Zeitliche und geht zurück in den Pokéball mit seinem Gabelschwanz. Ciao, ciao. Level Up für Rocky, Zesh. Alter, jetzt ist sie ja ein Level Up sondergleichen die ganze Zeit. Ist ja herrlich. 79 Verteidigungen für Rocky. Nice. Und er ist ja noch nicht mal voll... Äh, sie ist noch nicht mal vollentwickelt. Gefällt mir gut. Wenn du mit dem Aufzug nach oben fährst, kannst du sehen, wo du durch den Ach... Ja, ich weiß, wo ich war. Ich weiß, wo ich war, mein Freund. Nicht bei dir. So. Würde ich sagen, wieder mal ein bisschen vollheilen. Ich bin einfach wieder zu faul, zurückzulaufen. Dementsprechend machen wir das mal so. Zack, zack. Ah, hauen wir nochmal einen drauf. Bei dir auch nochmal. Auch wenn es nur 13 KP sind, das kann schon den Unterschied machen, ne? Das könnte schon den Unterschied machen. So. Nehmen Ace gerade vorne. Legen wir doch mal Tsunami. Legen zur Hand. Ja, Tsunami muss auch noch ein bisschen leveln. Dementsprechend machen wir das doch mal so. Und springen wieder aufs Laufband. Ja, aufs laufige Band gehen wir wieder. Hier können wir uns wieder umgucken. Habe ich gar nicht so große Lust zu, ehrlich gesagt. Man kann sich auch ganz gut umgucken mit diesen ganzen schwarzen Kreisen. Die sieht man ja auch immer ganz gut. Müssen wir denn eigentlich alle aktivieren? Moment, ich bin mir gar nicht so sicher gerade. Ich meine aber nicht. Aber wir müssen glaube ich alle Trainer besiegen, oder? Also ich möchte alle Trainer besiegen, so ist es nicht. Es gibt Ziele, die kann man nicht erreichen. Auch wenn man sich noch so sehr anstrengt. Genau wie du nicht gegen mich gewinnen kannst. Egal wie gut du dich anstrengst, mein Freund. Oh shit. Aber ohne Anstrengung bleiben viele Dinge unerreichbar. Das hat mich das Leben gelehrt. Gut, das ist natürlich eine Erkenntnis. Die sucht ihresgleichen. Wenn du hart für etwas arbeitest, kannst du es erreichen. Aber manche Dinge kannst du halt nicht erreichen. Ich muss sagen, mein Freund, du bist weise. So, ein Lucario. Hmm. Dem können wir natürlich gut einheizen mit unserer Schlammbombe. Die Frage ist, kann der irgendwas Effektives gegen uns? Weil so ein... Egal was. Also wenn etwas Effektives von einem Lucario kommt, dann haut es richtig rein. Ich meine aber nicht. Weder Kampf noch Metallattack, äh, Stahlattacken sollten groß reinhauen. Bodenattack sowieso nicht. Außer er trifft fünfmal und crittert dabei auch nochmal kurz. Hey. Ich verstehe schon, Lucario. Du möchtest uns hier nicht haben. Das ist okay. Das ist kein Problem. Du musst uns aber trotzdem nicht hier durch die ganze Arena werfen, ja? Meine Herren, entspann dich doch mal eine Runde. Gut, ähm... Am liebsten würde ich jetzt heilen und hoffen, dass er nicht nochmal Knochenharz macht und nochmal fünfmal trifft. Deswegen heile ich mich mal und hoffe, dass er nicht nochmal fünfmal mit Knochenharz trifft. So. Okay, perfekt. Ego-Trip funktioniert nicht und die Schlangenbombe sollte jetzt eigentlich ausreichen. Metallsound bringt ihm nichts, weil ich werde danach wahrscheinlich sowieso rauswechseln. Also, wenn das jetzt nicht ausreichen sollte, dann würde ich auswechseln. Die Spezialverteidigung ist gedroppt, ne? Knochenharz ist aber physisch. Ich weiß aber nicht, was er noch für Attacken hat. Dementsprechend gehe ich mal lieber raus auf Astro. Geh mal raus auf Astro. Ähm... Ja, ist mir doch ein bisschen zu heikel, muss ich sagen. Ist mir ein wenig zu heikel, Schmeikel. Ego-Trip? Wieso macht er ständig Ego-Trip? Das bringt ihm doch gar nichts. So. Einen Psychoschock wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber zwei werden wahrscheinlich ausreichen. Deswegen lasse ich mir an die Spaßkanone ein bisschen stecken. Übernimmt er jetzt die Attacke? Ah ja, okay. Das soll mich nicht stören. Ist ja sowieso nicht effektiv. Das ist kein Thema. Ich hatte gerade kurz die Attacke Ego-Trip nicht im Kopf, aber ist ja nicht viel passiert. So. Oh, guck mal. Mit einem Crit reicht es aus. Sehr gut. Habe ich doch gesagt. Zwei Schläge würden ausreichen. Dementsprechend ein Crit reicht dementsprechend auch aus. Sehr gut. Level up. Ne, war das ein Level up? Ich glaube nicht. In Sleimburg. Da würde ich ja eigentlich sogar ganz dreist drinbleiben. Oder ich gehe auf Tsunami. Weil er natürlich noch die Schlammbombe hat. Ich gehe mal raus. Ich bleibe mal drin, weil Astro ja einen Angriff hat, der auf die physische Verteidigung geht. Und die physische Verteidigung von Sleimburg ist nicht so balle. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Ein guter Plan, Herr Kommissar. Genau. So und nicht anders sagt man das. Wir haben wieder volle KP, aber das komprimiert. Komprimierende, komprimatorische Sleimburg. Das nervt mich auch ein bisschen. Von wie hält es denn bitte seine Hand? So. Yo, yo, yo. Bleib ganz ruhig. Das ist Fresh D. Das Sleimburg ist ein Fresh D. Oh Gott. Vergiftung jetzt auch noch. Du nervige Nervratze. Ich greife nochmal an. Weil dann killen sollten sie in der nächsten Runde nicht. Und wir treffen sogar perfekt. Müssen wir jetzt aber gleiches Mal ein Gegengift nutzen. Ist ja unverantwortlich hier mit dem Gift rumzulaufen. Mensch, Mensch, Mensch. Ganz viel Pünktchen und Gott P. wurde besiegt. Puti Pui. Ich glaube, das hat jetzt keiner verstanden. Aber ich selbst auch nicht, glaube ich. Gut. Dann nutzen wir mal den Tränk. Gucken wir mal so ganz viele Tränke. Und noch einer. Einer noch. Und... Warte, was? Stand da gerade was, dass die Vergiftung geheilt wurde? Nein. Nein, nein, nein. Das stand da nicht. Nein, das stand da nicht. Meine Suppe esse ich nicht. So, wollen wir denn ins Gegengift? Habe ich doch bestimmt schon wieder übersehen. Da ist es. Da ist es und nur irgendwo anders. So. Tsunami ist der Einzelne, der noch auf Level 30 hochziehen muss. Okay. Kein Problem. Das wird gemacht. Ist gebongt, meine Freunde. Ist gebongt. So. War hier rechts noch was, frage ich mich gerade. Da ist noch was. Aber ich weiß nicht, ob das eine Sackgasse ist. Die schweiße ich gerade nicht zurecht. Die ist so riesig, die Arena. Und hier ist so wenig los, ja? Das ist eigentlich nur eine riesige Mine, wo niemand ist. Wo niemand ist. Nur so fünf Männiges. Wie ist... Was ist weit weg und doch so nah, weißt du es? Wahrscheinlich der Sieg. Weil dein Sieg so fern ist und meiner so nah. Höchstwahrscheinlich Gott, Alex, oder? Cleoparda. Okay. Wieder mal die Überlegung. Kann das so etwas Effektives? Ich bezweifle es mal stark, ja. Ich bezweifle es mal stark. So, dementsprechend... Schlammbombe. Schlammige Bombe. Aber du mogelst mich erstmal, ja? Du kleines... Du kleiner... Es ist ja ein R, ja? Ich möchte ja niemanden des Geschlechts beleidigen oder so. Du kleiner, nerviger Bube. So, erstmal schön die Schlammbombe drauf. Und vielleicht... Nee, beileibe kein To-It. Aber gut, ich meine... Wir sind nur noch kein Zoom-Packs. Ach, stimmt, Wolterknecht. Wolterknecht. Dann machen wir nochmal die Zermalmklaue. Das ist auch nicht so schlimm. Oh, Verfolgung, das ist gefährlich. Wenn ich dann auswechsle, dann muss ich echt auf meine KP achten. Das ist gefährlich. Aber sonst... Sieht auch alles ganz gut aus. Die Schlammbombe wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Ich treffe natürlich nicht. Da muss ich mich jetzt aber leider heilen. Denn sonst wird es noch hier gefährlich, gefährlich. Nehmen wir mal kurz hier einen kleinen Supertrank. Den Supertramp. Macht super Musik. Und heilen uns voll. Nicht ganz, aber zumindest ein bisschen. Oh, das wird gefährlich. Das möchte ich ehrlich gesagt möglichst vermeiden hier gerade. Das Gute ist, eine Zermalmklaue wird dich killen. Die Frage ist nur, was du jetzt an Schaden raushaust mit Verfolgung. Also ich meine, es wird jetzt nicht so exorbitant viel sein. Aber damit kann ich leben. Die Frage ist nur, was kommt jetzt als nächstes? Ob ich jetzt Tsunami drin lassen kann oder nicht? Viele Fragen, so wenig Antworten. So viel zu tun und so wenig Zeit. Zumindest ist er jetzt wieder auf Teamniveau. Alles gut. Ich könnte jetzt machen, was ich wollen würde. Ein Papunga. Papunga. Da würde ich nochmal sagen, gehe ich ganz galant und unerkannt auf einen Stein. Ein Stein mit Katapult, der auf jeden Fall gut ballern wird. Ja, ballern ist hier die Ansage. Wobei die Frage ist, es wird auf jeden Fall schneller sein. Es wird auf jeden Fall schneller sein, als wir es sind. Das hat auch hundertprozentig irgendeine Pflanzenattacke. Da gehe ich mal lieber raus. Da gehe ich mal lieber raus auf L. Gehe ich mal lieber auf L raus. Ja. Auf Eldorado. So. It's high noon. Wobei Eldorado, high noon, das passt irgendwie nicht. Er hat eine Pflanzenattacke, aber Schlaf, Bruder. Aber er kann uns auch nicht wirklich viel Schaden machen. Also von daher soll mir das recht sein. Er hat auch nicht mal eine Flugattacke, glaube ich. Pugelsatz wird uns gar nichts an Schaden machen. Zum einen physisch. Zum anderen Papunga. Zum dritten Feuer-Pokémon auf der Gegenseite. Also ich habe jetzt keine großen Probleme hier. Keine großen Probleme. No, no, no. Und er bleibt drauf. Okay, perfekt. Dann kann ich auf jeden Fall den Schlaf ein wenig ausstallen. Ein wenig abwarten. Ein bisschen ausstallen. Es wird aber mit der Kugelsaat natürlich nicht kürzer unbedingt diese Pause. Und er hat einen Megasauger. Der hätte ein bisschen Schaden gemacht. Bisschen Schaden bei Rocky. Wahrscheinlich hätte ich ihn sogar sofort aus den Laschen gehauen. Kugelsaat. Kugelsaat ist so voll das MG eigentlich. Also in den Pokémon-Kriegen, die es ja offensichtlich gab. Hier die Kenner wissen, was es heißt, ein Pokémon-Krieg zu sein. Es gab es ja wirklich. Da müssen ja nur Papungas rumgelaufen sein. Die ganze Zeit mit so Maschinengewehr-Papungas. Versteht ihr? Das stelle ich mir gerade ziemlich lustig vor. Wenn du das an diesen beiden Pollen so an den Seiten festhältst, dann so die ganze Zeit mit Kugelsaat so rumballerst. Das muss lustig sein. Das muss sehr lustig sein. Gut. Ist zwar auch ziemlich brutal und böse und gemein, aber ist bestimmt auch lustig. So. Dann würde ich mal sagen, wieder ein bisschen Healen. Healing, Schmieding. Haben wir noch Tränke übrig eigentlich? Haben wir noch Trankis? Tranki, Tranki. Ne, ich glaube nicht. Da muss ich mal schon mal auf die Supertränke zurückgreifen. Aber das ist kein Problem, weil es auf jeden Fall noch vollkommen im Supertrank-Bereich hier liegt. Und ich würde sogar am liebsten mit... Ich glaube, ich werde sogar mit Tsunami vorne bleiben gerade. Mit dem Tsunami. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier den Weg natürlich finden. Eigentlich müssen wir, glaube ich, nur zu diesem lilanen Fasch... Also zu diesem lilanen Dingster-Booms. Nein, ich bin falsch. Also zu diesem rosanen Teil hier, was hier unten drunter führt. Weil sonst haben wir, glaube ich, ja schon alles besiegt und geschlagen. Da bin ich mir sogar relativ sicher gerade. Und das müsste sogar dann schon zur nächsten Ebene führen, oder? Zwar nur nicht zum Arenaleiter, aber genau zur nächsten Ebene. Und hier ist wieder ein toller Ausguck. Den möchte ich natürlich erstmal nicht betätigen, denn ich bin mir jetzt relativ sicher, dass ich weiß, wo ich lang muss. Ich brauche keinen GPS. Ich brauche gar nichts. Ich brauche nur einen Trainer, der gegen mich kämpft. Und zwar diesen Mann mit Bauhelden. Mein Pokémon-Team und ich sind geborene Boa-Profis. Oder vielleicht ein Boa-Pro-Fie. Kann natürlich auch sein. In Sachen graben und bohren macht uns so schnell niemals was vor. Gut, aber wahrscheinlich im Pokémon-Kampf, schätze ich mal. Denn da werde ich dir jetzt was vormachen, mein Freund. So! Oh, ist wieder ein Esteban. Es gibt ganz schön viele Estebans hier. Ich habe schon Angst, dass hier gleich ein Drogenkartell aufmacht. Ah, Galapafluss. Deswegen, ach, weil ich kann ihm wahrscheinlich so gut wie gar keinen Schaden machen. Und er kann mir auch gar nicht viel Schaden machen. Das wird also ein ziemliches Rollbet. Ich probiere es mal mit Geduld. Auch wenn das eigentlich ziemlich dämlich ist. Gut, das wird jetzt nicht so viel Schaden machen, aber... Ich meine, das Doofe daran ist, dass ich ihm nicht auswechseln kann. Aber ich meine, mir war schon klar, dass er mir nicht viel Schaden macht. Und Geduld würde ich wahrscheinlich sogar killen. Ja, sage ich doch. Also war gar nicht so dämlich von mir. Die Frage ist nur, ob das noch irgendwas Gefährliches gehabt haben hätte können. Tut und Tun. Hätte ja passieren können. Topis möchte ich mir lieber auswechseln. Dann können wir ihn ja überhaupt nicht treffen. Ja, damit gehe ich mir auf Ace. Das Problem ist halt echt immer noch... Also, gegen Pflanzen haben wir ja was. Wir haben eigentlich nur Probleme mit Wasser. Ja? Ich habe große Wasserprobleme. Ja? Ich habe große Probleme beim Wasserlassen. Das muss ich mir jetzt ganz deutlich sagen. Es ist echt... Es ist überhaupt nicht lustig eigentlich. Aber, naja. Ich sollte nicht darüber reden. Ah, das war jetzt ein Witz. Das war jetzt ein Joke. Ein Mörder-Joke war das. So, ich möchte aber nicht mitzunahmen. Ich möchte mit Ace kämpfen, Mensch. Ja? Bin extra rausgewechselt, mein Freund. Also, wenn du jetzt nochmal Wirbelwind machst, dann bin ich sauer. Dann bin ich echt pisst. Okay. Sehr gut. Er hat seine Chance erkannt, aber die Chance wurde gebannt. Genauso wie die Gefahr. Sehr gut. Und ein radiges Flammenrad wird auf jeden Fall reichen. Sehr gut. Sehr schön. Sehr viele Erfahrungspunkte. Das gefällt mir gut. Wisst ihr, was mir noch sehr gut gefällt? Der Part ist jetzt vorbei. Gut, das gefällt mir jetzt nicht unbedingt gut. Das ist halt nur so. Dementsprechend. Ciao! Also, bis zum nächsten Mal. Eine wunderschöne Zeit und so weiter. Bis dahin. Bye, bye. Ciao!